Und er wird später sagen, war alles Routine, habe ich alles im Griff gehabt. Alesi im zweiten Rennen für Eddie Jordan. Er fuhr bei den Tests in der Vorwoche 05 langsamer als Trolley. Damit ist er etwas näher dran an der momentanen Nummer 1 bei Gelb. Trolley stand ja hier im Vorjahr in der ersten Startreihe neben Herr Kinn wohlgemerkt. Und Alesi braucht gute Resultate jetzt in den letzten vier Rennen. Punkte muss er mindestens holen, damit er seine Karriere fortsetzen kann. Untersteuern hat er, furchtbares Untersteuern. Von außen ist es noch besser zu sehen als jetzt aus dem Cockpit. Aber Sie merken schon, wie viel er mit der Lenkung einschlagen muss in den langsamen Kurven. Jetzt kommt Blanchiment. Nicht ganz voll, ein Angstlupferchen war drin. Die geht relativ problemlos voll. Und jetzt der Busstopp. Achten Sie jetzt wieder auf den Lenkeinschlag. Drei Sekunden hinter Michael Schumacher. 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 Drei Sekunden hinter Michael Schumacher.